Ja, liebe Kollegen, wir reden heute über die Menschenrechte. Der Kern der Menschenrechte, das ist die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist universell, sie ist unantastbar, sie ist unteilbar und sie ist auf die Person bezogen. Die EU will die Menschenrechte sichern und das ist gut so. Allerdings, sie entfernt sich immer mehr von diesen Menschenrechten. Die Menschenwürde und damit auch die Menschenrechte sind nicht politisch und sie sind nicht ideologisch. Sie kommen nicht aus der Politik, sie waren schon vor der Politik da. Und deswegen kann die Politik die Menschenrechte auch nicht verändern. Aber genau das glaubt die EU tun zu können hier im Parlament, im Rat und auch in der Kommission. Frau Post hat gerade im Zusammenhang mit den Menschenrechten von Gender Mainstreaming gesprochen. Wir bedienen Sonderinteressen und machen Politik im Namen der Menschenrechte. Kehren wir zu den Wurzeln der Menschenrechte zurück, bewahren wir die Würde der Menschen. In vielen Teilen der Welt wäre damit viel gewonnen.